Es war November vor knapp zehn Jahren und der Wahnsinn, er begann. Er bat uns alle, ihn zu besuchen. Und rega tschau, rega tschau, rega tschau, 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 er bat uns alle, ihn zu besuchen, doch als wir kamen, rollte er schändete Frauen, bedrohte Kinder. Und rega tschau, rega tschau, rega tschau, 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 schändete Frauen, bedrohte Kinder und er kam immer damit durch. Auch gegen Juden und Affennäger, und rega tschau, rega tschau, rega tschau, 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 auch gegen Juden und Affennäger, hetzte er ganz unverblüht. Oh, jag den Oger aus seiner Schanze, oh, rega tschau, rega tschau, rega tschau, 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 oh, jag den Oger aus seiner Schanze und das Dorf blüht wieder auf. Jetzt wo er fort ist, für immer wegbleibt, oh, rega tschau, rega tschau, rega tschau, 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 jetzt wo er fort ist, für immer wegbleibt, sind wir endlich wieder frei. Jetzt wo er fort ist, für immer wegbleibt, sind wir endlich wieder frei. Jetzt sind wir endlich wieder frei.